Herzlich Willkommen hier zur Erweiterungssorge hier in Tomasch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Habe ich mir richtig Ehre, keine Ehre. Wir haben eine Zeit her. Unternehmensliege, gut, das ist ein schönen Samstag oder so. Ich sag trotzdem mal für den Sonntag. Wir geliehen mal ganz kurz. Müssen wir hinkommen. Ja. Wir fahren jetzt ganz schnell in Leerpaletten Richtung... ...ähm... ...verlässerig. Weil... ...da fehlt es mal. So festgestellt, jetzt neulich, oder neulich, in der letzten Folge... Oh! Ich kann Stroh nicht abkippen, warum nicht? Ja, weil... Die Kollektion läuft ja nicht. Da fehlt den jetzt da, ne? Gibt's doch gar nicht. Es fehlt an der Kollektion. Und das wird, glaub ich, eher noch ein Problemchen werden, ne? Eine Kollektion. Soll ja laufen, da brauchen wir Material, ne? So. So. Muss ich einstellen? Stonspaletten, nicht? Holzpaletten, Eingatton, Baumwolle, Baumwolle, Paletten. ich weiß auch, dass die Molkerei Paletten braucht, werden wir auch gleich machen 14, ja die 14 fahren wir rüber oder 17 oder 18, 18 fahren wir hier rüber und die anderen fahren wir wir müssen gerade eine Opulette haben wenn wir Geld verdienen wollen, müssen wir alles da nehmen oh, das ist rundverkehrt, also ich will ja nicht annehmen so, wir sind wieder lasse ich mal einsammeln ja, jetzt geht die Portion los, geht wieder voll volle Kanne muss man auch Straße aufmalen hier so viele Sachen, die man machen kann, machen sollte so, Molkerei acht Stück da noch so viel haben wir nicht mehr wir könnten ja ein bisschen Holz kaufen da kann man ein bisschen was herstellen sonst haben wir nämlich ein kleines Zeichnungsproblem jetzt haben wir 26 27 na gut, dann auf geht's erstmal Molkerei ungefähr die Hälfte damit gerne beide arbeiten können so können wir ausschalten ja, so viel Arbeit hätte ich gedacht aber Milch muss ja noch um 500.000 in der Milch kann eine Nährung und die Arbeit nicht, das geht nicht das ist ja totes Geld aber der erste fertige ist gut dann können wir noch düngen können müssen hier sind vier oder sind große Felder das geht eigentlich einmal hinfahren und lasse ich mal arbeiten machen wir nächste Woche die Molkerei war hinter mir, sonst haben wir erst so die Brauerei mit Bier verdienen wir ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich weil auch mehr finanzielle Sachen da hinkommen also Gannteile, Bier, noch gut Wasser es muss gemacht werden, aber wie gesagt war es schon gut vorher Weizen, Räste und Hopfen aber mir bringt ein bisschen mehr ein als Eier und Milch davon als äh andern Zeug, ne aber hätten wir noch ein paar sind gelohnt machen wir voll die zweite Reihe, die ich sehe da, da, da gut, wenn die weg sind, dann haben wir wieder auf die untere Reihe weg ist zwar gut die Rest geht da in Richtung äh wird reichen müssen, ne äh Malz wird auch reichen müssen jetzt fahren wir halt Richtung äh Wolkerei ok da sind unsere ganzen Fahrer so wie der Minus so wie der Minus aber gut da wäre Holz gekauft ja so kleide ich mir das vor fahr du mal im Wald und mach aus haha Angestellte einstellen kostet aber auch Geld ne darf man nicht untersetzen so Paletten das ist in eine Halle rein rund 14 Stück weit bisschen weniger weil der nicht ganz voll ist aber erstmal lüfter so fahr wird auch da Verpackung hatte ich mir gehabt glaube ich ein bisschen groß dafür aber gut so oft fahren wir nicht her mal gucken ob alles passt mal gucken ob alles passt naja sollt ihr den Ding ruhig angucken ja Achtung die Milch ist schon fast voll Vollmilch das geht das geht ne gut das auch naja gut es pfüllt sich langsam ne ja das geht ein weines gut es pfüllt sich langsam ne 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 da haben wir da immer wieder Ruhe in der Weile und die können produzieren das ist der entscheidende dann muss ich gleich mal zur joa Zement jetzt haben wir soviel wie ich schafft jemand gleich gar nicht Mensch dann muss man auf Gas gehen so ich wollte mal was gucken der andere fährt so wohl nicht so der ist fertig lassen passt ich dachte schon mit dem Ballen pressen wir fertig aber gut ich freue mich weiter Junge so dann düngen und zwar das passt ganz gut die sieben muss gedüngt werden die dauern noch ein bisschen da finden wir die verletzten nur sieben schon berühmt die brauchen einmal dann geht's ist ja in die Ecke da vorne logisch rechts rechts oben beim düngen ist die ganze tage schon kurz noch nicht speichern weil in dem fall da könnten wir notfalls auch hell verarbeiten lassen dann macht er die sieben dann können wir doch hier noch die fünf die vier die vier die vier machen da holen wir einen Dünger nachschub hier da können wir nicht riskieren dass wir ein bisschen reifen nicht doch gar nicht aber gerade hier gerade Leitplanken sind ja ungewünscht die noch umgibt ne aber gut das ist ein halter zu ne da Karten die haben sie das nicht oder die haben so ne weiten Grassteifen dass die da dass die da nix gegen fahren ne aber das wollen wir ja nicht die Pfanderkarten wollen wir ja nicht haben das ist ja so auch zum Hof voll machen und dann Richtung 4 Pflegepreisung Baller richtig 8.05 Uhr Spiel 2 Stunden gespielt Wahnsinn ne Ballen Pärfen noch nicht fertig 4.36 Blocking möglich klar leer Wasser Milch klar ja auf Stufe 1 das war das war das Arbeiten zu viel ne aber wie gesagt Lehrpaletten haben wir auch genug da von daher haben wir da mal unsere ruhe hier und warum sind auch in dem gar wir müssen mal Papier herstellen das nächste Aktion haben wir ein bisschen noch im berg wir fahren mal richtig viel und dann haben wir heute den Tag aufgetaucht also den Tag für die Folge ist ja halt so ne wir sind jetzt seit 4 Uhr ungefähr es ist schon wieder 8.15 Uhr die einen sah ein Viertel nach und ich sag immer nach vorne so da sind wir wieder gleich da um die Ecke wir hopfen noch können dass ich hier maximale Ernte kriege sonst haben wir echt man könnte mehr verdienen wenn wir hopfen alles da wäre können wir ja nicht was machen durch das war doch ein paar Schindel was brauchst du? so lange genommen wird nicht mehr dann gehen wir rüber hier da schon gedüngt hier stimmt was nicht ich glaube hier haben wir hier ein Problem das war ein technisches Problem wir haben kein vorgewöhnlich gemacht das ist unkünftig ne das ist unkünftig das hier mal das unkünftig ist einmal üben heißt sie dann für die Wiese so einstellen neuer Versuch neuer Versuch Zeitbrauer dafür 10 Minuten ja wo 10 Minuten ne mehr gehen wir so drüber hier unserem hier Feld hier das scheiße konkurrieren nochmal hier Kontrolle das läuft schon nimm ich schon mal das war's auf heute mit allen noch einen schönen Rest Sonntag dann seid noch tschüss und tschau morgen montag hoffen wir haben einen guten Tag und woche ich hätte dann wieder spät schick waren ich müsste wieder bedenken wie das so hin kommt ne da seid noch tschüss tschau wenn mal der eine oder andere macht es vielleicht wie gesagt es geht nur um Algorithmus was da entsprechend ja mal ein bisschen die Quote hoch geht ne tschüss und ein bisschen winke bis dann in den Schuss tschüss